Musik Genießt die Aussicht, Nix. So oder so. Das ist das letzte Mal, dass wir das sehen. Oh, hoffentlich geht es Bram gut. Er hat mir so viel beigebracht. Und wie habe ich es ihm gedankt? Ah, da kann ich mich rüberschwenken. Halt dich fest, Nix. Wir müssen klettern. Daniel, ich sehe da vorn einen Turm. Könnte mein Zugang sein. Du bist die Diebin. Wir sind in Position und warten. Ah, nicht runtersehen, Nix. Ah, Daniel, ich sehe das Anwesen. Äh, wie reich ist dieser Slyro doch gleich? Er gehört klar zu den reichsten Fünf im Outer Rim. Slyro hat Sarek Besh von Grund auf aufgebaut und das ist nicht billig. Es ist sein persönliches Verbrechersyndikat. Aber das ist auch schon alles, was über ihn bekannt ist. Du hast einen guten Riecher für Ziele. Wenn du reich werden willst, dann musst du dahin gehen, wo das Geld ist. Du hast einen guten Riecher für den Riecher für den Riecher für den Riecher für den Riecher. Du hast einen guten Riecher für den Riecher für den Riecher für den Riecher. Hier oben sieht Kanto ganz anders aus, oder, Nix? Kaum zu glauben, dass wir diesen Ort endlich verlassen. Es ist... keine Ahnung. Gut, wir wollten die Chance auf einen großen Wurf. Das ist sie. Okay, Daniel, ich bin auf Position. Wir starten das Feuerwerk. Geh rein. Ich löse Alarm aus. Das kann man bestimmt von halb Tante aussehen. Scott, hier lang! Seht euch weiter rum! Ist hier jemand? Man darf uns nicht sehen. Ich muss hier auf mich aufmerksam machen. So was Hübsches haben wir noch nie ausgeraubt, was? Was ist das? Ich muss mich konzentrieren. Ich brauche mehr Energiezellen. Was? Was? Kein Problem, ich mache auf. Ich hätte schwören können, dass da was war. Dafür kriege ich nicht genug Geld. Was? Hast du was, Kleiner? Ruhig, konzentrier dich. Was war das? Oh! 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 Oh, man! Oh, man! Oh! 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 Das war's. Make low snakes. Das wollte ich mir mal ansehen. Daniel, ich bin dran. Nimm den Turbolift. Das ist der direkteste Weg zu Sleeraus Tresorraum. Sleeraus Tresorraum Okay, Energiebarriere. Von irgendwoher muss die Energie bekommen. Nix, such den Generator. Was wollen reiche Typen immer mit alten Schiffen? Was? 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 Ah, das war's. Hm, Blasterspuren. Was ist hier passiert? Ah, Kameras. Wir müssen sie umgehen, Nix. Das war's. Ach, da ist der Tobolift. Und natürlich hat er auch ne Barriere. Ist es auch. Wer immer das ist, wird nicht am Haupttor vorbeikommen. Hat irgendjemand's Liro benachrichtigt? Glaubt mir, er weiß Bescheid. Zeit für eine kleine Show-Einlage. Was soll das denn sein? Sekunde! Hol sie dir ein. Oh! 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 Zeit, sie abzulenken, Nix. Oh! 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 Was ist denn los? Ich wette, die Hunden sind doch wacher aus. Alles unter Kontrolle. Bleib, wo du bist. Wenn sie rufen, gehe ich da raus. Na klar, Hände. Mach die mal auf. Nix, schnapp dir das. Tub dich aus, Nix. Stimmt fast nicht. Sie kommen in unsere Richtung. Tank! Hey, schleich mal rüber und hol das. Schnapp dir das, Nix. Fine. Okay. Nix, da drüben. Los, der Tresorraum wartet. Daniel, ich bin im Turbolift. Beeil dich! Wie lange dauert es, bis die Kanto-Polizei hier ist? Das ist Slyros-Gebiet. Hier kommt keine Polizei her. Ja, nur noch mehr Selrig-Bash. Das stimmt was nicht. Los, lenkt sie ab, Nix. Hey! Bewegung, Nix! Die haben es auf uns abgesehen! Da ist er. Der Tresorraum. Der Tresorraum. Da ist er. Dresorraum. 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 Das ist was Feines, Mix. Das ist ein Wettbewerb. Wir haben Blasterfeuer innerhalb des Anwesens. Hallo! Ich brauche Verstärkung am Tresorraum. Ich habe die Barriere aktiviert, aber die wird nicht lange halten. Lenk sie ab, Nix. Oh! 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 Na schön. Ich habe die Sicherheitsvorrichtungen ausgeschaltet, Daniel. Der Weg ist frei. Geh zum Tresorraum. Wir räumen hier draußen auf und treffen uns dann drinnen. Geh zum Tresorraum. Geh zum Tresorraum. Wow. Hi. Ja, ich muss da rein. Daniel, ich bin am Tresorraum, aber hier ist ein Droide. Ah, du bist vom TT-8L. Gut. Das Passwort ist Grandio-Cha. Was auch sonst. Hey, komm zurück. Ich weiß, dass du da drin bist. Mamadino. Grandio-Cha. Äh, hallo? Der Tresorraum. So sieht also richtiges Geld aus. Machen wir ihn auf. Du bist nicht der Weg, Bessch. Was ist das? Wo ist mein Geld? Ich könnte Hilfe brauchen. Das war alles richtig. Der Code war gut. Ah, Sarah. Gefunden? Nein. Aber die Sache mit Sliro und Serek Bessch. Sie ist wahr. Wir müssen los. Du wirst bezahlt, wenn wir sicher sind. Versprochen. Was? Keine Bewegung. Entweder zahlt ihr jetzt oder zahlt einfach. Wir sind die Rebellen-Allianz. Und? Wir müssen los. Komm zu uns. Kämpf mit uns für die Zukunft der Galaxis. Was zahlt ihr? Dafür haben wir keine Zeit. Daniel, nicht! Augen auf, Kay. Es geht los. Bringt Glück. Die Auswahl des Ziels ist entscheidend. Siehst du? Die bemerken uns nicht einmal. Du bist ziemlich jung für eine Diebchen. Äh, 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 ich... Wo bist du? Hab's vermasselt. Vorsicht! Ey! Wir kommen zurück. Und? Was hast du gelernt? Es ist nicht immer jemand für dich da. Schlaues Mädchen. Okay, ich kann's erklären! Du musst Lero sein. Deine Freunde sind fort. Freunde? Welche Freunde? Wie lang gehörst du schon zur Rebellen-Allianz? Du meinst es ernst? Was wollen die Rebellen von Zarek-Bash? Hör mal, ich kenn keine Rebellen, aber ich kenn andere... Leute. Lass mich gehen. Ich find es raus und wir klären das gemeinsam. Du musst dir was Besseres einfallen lassen. Erschließ sie! Ich hab hier nicht den Brauch! Du bist immer da, wenn ich dich brauche, Nex. Okay, okay. Wie komm ich hier raus? Ich hab hier beigedacht. Bereit, Nex? Lass! Wir haben einen Einsatz. Sie! Vorsicht, Nex! Scheinwund! Oh, das ist fortverlässig! Was? Guck, Thorsten! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Es muss einen Weg hier rausgeben. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Lex, mach kein Mox. Ich will ein Todeswahl an ihr, so fast. Ein Vermögen für den, der mir ihren Kopf bringt. Es wird kein Ort in der Galaktik geben, an dem sie sich vor mir verstecken kann. Was siehst du? Geht klar. Bitte, sag kein Müllschlucker. Nix, hol mir das Bacta. Schon der zweite Auftrag, der schiefgelaufen ist, Nix. Das ist mehr als nur Pech. Oh, sieh nur. Das ist das alte Schiff. Neuer Plan, Nix. Wir stehlen es und fliegen hier raus. Ja, das klingt für mich auch gefährlich. Von dem Ding fernhalten. Gute Arbeit, Nix. Gute Arbeit, Nix. Gute Arbeit, Nix. uş! Gute待って! Gute Arbeit! Gute Arbeit! Wir fahren, oder? Nein. Der war's nicht. Tut mir leid. Macht Spaß. Los geht's. Na also, die Barriere ist weg. Und los geht's. Das war etwas knapp. Ach, war's geschafft. Bring mich hier raus. Nein, 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 nein! Los doch, du Mistding! Toshara. Hauptsache, weg hier. Alles gut. Alles gut. Zeug. Jeede. Ja. Ach, geschafft. Irgendwie. Komm schon. Ah, hallo. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich dachte, du gehörst zu denen. Hä? Viele neue Freunde heute.